Hallo und herzlich willkommen in deinem Video auf dem Kanal MagdalenaWebTV. Genau und heute machen wir eine kleine Challenge. Was für eine denn? Du kannst es besser aussprechen. Try not to laugh Challenge? Genau. Hat nichts mit Liebe zu tun, aber ich glaube... Nicht laugh, sondern laugh. Genau, also lachen. Und wir machen noch ein bisschen verschärfter. Denn wir machen nicht nur, dass man nicht lachen darf, sondern dass man auch nicht grinsen darf. Das ist für mich echt hart. Ja, weil er ist nur am grinsen. Niemals. Und ja, der Verlierer kriegt dann eine Bestrafung. Jeder hat fünf Leben. Und ich würde sagen, los geht's! Okay, das erste Video. Das ist viel. Oh, das tut so weh! Bestimmt! Das tut so weh! Hast du belacht? Nein! Warum hättest du denn die Hände vollkommen? Ich bin in der Schule, ich mag alles. Ich mag mein Vater, ich mag meine Cousins, ich mag mein Eltern! Hast du dich jetzt probel... Leben? Probel wir mal noch? Hm. Du hast gelacht, das habe ich eigentlich gesagt. Nur noch vier Lachen. Turanus. Turanus. Das ist mein Anus! Nein! Aber nicht auf dem Rechner. Au, das muss so wehtun! Wer war das denn? Der hat sich... Der hat sich grad so... äh... Sollencreme ins Auge so... Richtig... Au, das ist fies! Nein! Der wird noch drei Leben! Nee! Du hast noch zum... Du hast... äh... Du hast... Drei noch. Au! 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 Warte! Na! Das ist faszinierend. Ich will die weg. Was? Chinesen Baby? Nein, Chinesen. Oh! Okay, Boxstock. Aua! Alles klar, Iron Man. We're going to go make a baby and mommy's tummy tomorrow. Okay, we're going to find out if we can have any brother or baby sister. You want a sister? You want a sister? What do you want, Eli? A boy. You want a boy? What do you think it's going to be? Er, er, white. Bye-bye. Okay. Wow! Au! Oh, das ist faszinierend. Das kenne ich. Okay. Oh, das ist faszinierend. Bäh, letztend des Dressen. Ahhh! Ich habe lieber das angenommen gelassen. Boah. Falsch, falsch, total. Ich habe mir noch ein bisschen nachgedacht. Aua! Alles klar. Ich habe nicht gelacht. Ich habe auch nicht gelacht. Das tut mir nur leid. Okay. Okay, das habe ich gerade nicht so mitbekommen. Okay, das habe ich gerade nicht so mitbekommen. Okay, das habe ich gerade nicht so mitbekommen. Wenn man einmal angefangen hat zu lachen, dann kann man nicht mehr aufhören. Du hast noch drei. Oh nein. 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 Ihr müsstet die Visus sehen. Ihr würdet euch auch kugeln und lachen. Au! Boah. Boah. Das ist doch gemein. Warte ich mal Pause. Okay. Komm, wir sind zwei Teile auf Teil. Ja, ne? Wir sind tot. Wir sind... Wir müssen uns kurz einkriegen. Oh, das war aber richtig. Ich bließe mit dem Vater. Oh Gott, war das Spiel. Ja, aber wieso haben wir denn darüber gelacht? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, Mann. Das ist einfach zu witzig. Wie dumm die Leute auch sind, ne? Schade ist, dass man nicht sieht. Ja. Schade ist, dass man nicht sieht, wie... Also, die Sachen müssen... Dann müssen wir nochmal verbessern. Aha. Okay. Alles klar. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das kenne ich das. Oh, nein. Warum saß du darüber? Weil das in den Kamin gekommen ist. Wie sie sich gefreut hat. Oh, 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 oh. 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 Du sattest auf dir. Nein, das war doch. Das war doch grad. Ja. Du. Oh. Du hast auch gelacht. Oh nein! Hast du den Witz verstanden? Nein. Oh. Oh! Oh mein Gott. Ja, verfehlt. What? Oh, warum filmen die sowas? Die wollten die ja nicht filmen, dass es ihnen weh tut, sondern... Ach so, das kenne ich, das ist etwas... Nein! Das tut... Oh, das tut richtig weh! Du hast ja auch gelacht, das hab ich gesehen. Oh, das ist so... Oh, das ist wie... Ne, hier, guck mal den davor noch. Das kam schon, ne? Ja. Ich weiß schon, wir haben eine ganz normale Strafe. Weil sonst noch zur Strafe gleich die... Cupcakes fertig machen. Ja. ... ... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 The fitness grandfakes is designed Oh my god Good morning Oh Ow Oh Oh It feels Oh my god Oh Ahh It must really we to Oh That is How Wieso? Kennst du das? Ja, das ist richtig süß. Oh, das ist süß. Zitter süß. Alles klar. Au! Mit der Musik vor allem. Okay, du bist mal Ego. Du bist schon mal Ego. Fynn Flats. 6, 4, 6, 5, 10, 8, 9, 10. That's really cool.